Ja ja Servus Leute Mobutulante hier draußen. Welcome beim Mobutulp und bei Let's Play. Mensch ärgert dich nicht mit allen Vollidioten die immer dabei sind, wie Johnny, Schlucki und Mark zum Beispiel. Und der Mafutu happy, der Nils. Hi. Das ist der Schlimmste. Das ist der Allerschlimmste. Das ist der geilste. Ich glaub's dir halt sowas peinliches gehört. Der Sprücher ist aber traurig. Ach ja. 5 3 Bläh. 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 Oh, sorry. Mark ist wohl nicht so rechnen, denn ich bin schon noch immer. Noch nicht eh ne Sex, ne? Oh. Oh. Aber Mark. Ja. Nein. Oh ja. Cheater. Hacker. Hacker. Heacker. 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 Hex. 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 1. Und die Hex. 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 Was kannst du, Mark? Was kannst du? Und du kannst klack'loost. Nö. 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 Johohoho. Ja. Oh man, Johnny. Ich komm jetzt. Natürlich. Exciting. Ach, darfst du dreimal überfüllen? Warum nur? Sorry. Intensiv wundern, wo ich dich nur kriege. Machen wir richtig. Na, Johnny. Servus. Ich komm jetzt frei. Ich komm jetzt frei. Freue braun mit Morzi braun. Freue braun mit Morzi braun. Der Mark hat schon einen Tröhn. Oh. Der Mark hat noch einen Tröhn? Oh. Weg. Weg. Hi, Johnny. Weg. Warum ist Mark so leise? Vielleicht ist er. Zentratio. Oh. Wo stand der Fettzeug mich denn so an? Weißt du, was ich machen wollte? Fat. Karma. Karma. Karma, 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 Karma. Ja, ich geh mit dir, weil ich nicht gekickt habe. Ich weiß, ich hätte reinkommen. Egal. Picken. Nein. Ja. 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 Komm, 6. Oh komm, ey. Ja, Johnny. Slow and steady, Bro. 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 Alter, ich will mitspielen. Sorry, Johnny. Jetzt muss ich halt eine Sekte werfen. Ich meine, wenn du da rumstehen willst. Ja, oder nicht. Ah, Mann, schade. Du hast nur eine 5. 3. Nein. Das verstehe ich jetzt nicht. Dieses Lead in GTA 5. Dieses Lead in GTA 5, no. Jasier! Jasier! Wasia! Das ist ja nicht. Oh nochmal eine 6. Oh ne 5. Oh schade. Statt dass du einfach mit dem unteren Blaue geh ich, ne, und dann hinter der Balle geh ich. Beide bleib schneiden. Oh verdammt. Komm und eine 6. Gib mir 6. Gib mir 6, okay. Ja bitte. Oh Schlucki. Ja 2. 2, 2, 2. Oh Deka. Fekercode noch. Wow. Fekercode da schon. Oh Schlucki, was kannst du? Boah ey. Ah sei. Was kannst du? Hahahaha. Oh Dei. Och Mann. Jucki ich glaub du weißt was du zu tun hast. Boah. Boah. Ja weiß was. 2 mal. Yes. Alter krieg ich aber nochmal hohe Zahl oder? Ne? Was genau. Ja. Herzlich Willkommen. Ich werde ihn nun hinter ihnen. Ja. Boah du hättest den Jolly kicken können. Geschwörs. Das war Absicht. Hahaha. So lustig Nils. So lustig. Ist richtig funny. Hahahaha. Meine Rachen wird grausam sein. Jaja. Mach du. Hahaha. Komm erst mal richtig ein Zeuschen rein. Ja man. Ich kann auch fallen, ich habe den Markt damit beauftragt. Eins. Den hast du gesehen. Fünf. Schade. Heee. Hahaha. Das hast du erst davon gemacht. Hahaha. Meine Rache wird furchtbar sein. Dann wacht er damit drinne. Hm. Ja. Hisner 포 theft. Hello fish. Sorry n Sei es. Sorry Nils Oh mein fucking Gott, Alter Jetzt Johnny macht die 6, pass auf und dann ist Nils komplett wieder weg Oder nicht? Verdammte Scheiße Du machst jetzt erstmal Endsmack Das wär voll nicht witzig Das wär sauer cool Mach ne 6 und lauf mit dem Asch mal raus Mach ne 3 und geh vorbei Ja und ich mach ne 6 und ne 2 Wir haben einfach gar keine 6 und ne 2 damit 1 2 Ah geht Schluck Junkmann kommst du eigentlich mal oder? Ah! Ah! Sorry Junkmann Ja doch der besprich du! Das sieht doch gleich aus die Show so Jetzt gibt er Gummi Jetzt gibt er Punkt Ja dann statt den raus zu holen Junkmann Alter ich muss da weg mal mit Wunsch werden, du kannst dich 3 mal wirfen Alter ich muss da weg mal mit Wunsch werden, du kannst 3 mal wirfen Alter ich muss da weg mal, nein du gehst um an wem denn Mach die Stirn auf wenn du mit mir redest Mach die Stirn auf wenn du mit mir redest Hahahaha 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 Komm Junkmann du musst jetzt die 2 würfeln Hahahaha Hahahaha Was kannst du eigentlich? Hahahaha 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 Oh really nigger Hahahaha Hahahaha Doppelbox Spreng 2 oder 1 1 1 Hahahaha 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 1 Jawoll Hahahaha Hahahaha Der war gut ey Ach komm schon Hallo Hahahaha 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 Ja ich chill noch Hahahaha Ja ich ja Hahahaha Zwar schon seit 5 Runden aber egal Ja Nils Na ja Hahahaha Ich warte nur bis der Schluke an mir vorbei ist Was werfen wir denn hier? 5er 2er und der Sext Hahahaha Hahahaha Du hast 2, wohlgemerkt Ach das war denn 2? Hey! Ohhhh 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 Ey, ist ab da ohnehin Verpiss dich Ich will auf mit dem Warp aber Ohhhh Komm Johnny, mach nur Sex Ja, 3 Oh, schade Hab dir noch überlegt Haha Ach, ne Ja, komm, nur vorbei, Mach Glaubst du, ich kann nicht von dir vorbei, oder? Jo Ne, ich hab ne Mission Oh, Alter Hätt ich mich kaff dir Jo Oh Yeay Lucky von Bad Lucky von Bad Lucky von Bad Hätt ich können Hättste den Markt Oh, Johnny, das wird mich sehr belastend Die Situation, nur da jetzt Oh, stimmt Kommt. Hex is in the earth. Halt's null. Wow. Genau, Johnny. Hex. Erblastend. Drei. Genau, Schnucki. Ah. Nein. Boah. Johnny, du musst schlank... Oh, wobei. Johnny. Sechs. Mach's mir nach. Ja, mach ne vier, so wie der Johnny Akademie passt. Ne, mach... Ne drei ist doppelte. Ne. Sag doch nächstes Mal zwölf. Ja, schon machen heile Sachen. Alles klar, Johnny macht ne zwölf. Ne durch vier. Weil zwölf durch vier... Äh... Hahahaha. Das war schon... Hahahaha. Hahahaha. Hala, das ist was... Äh... So trocken einfach. Und eine zwölf. Hahahaha. 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 Das war... Alter, schluck ich da ernst. Hey cool. Ja, ich kann leider nicht. Hahahaha. Besser. Ah, sorry. Hättest auch den Johnny kicken können. Ne. Oder auch nüt. Wehe. Gott sei dank. What the hell is so cold it's so lonely! Oh f***n! Nein, danke. Hahahaha. Ja, mach das zwei. Hahahaha. Und ich hab den eigentlich rausgeholt. Weil du hier ist the master of boxstehen. Hahahaha. Du the master of.. ...dringbleiben! The master of.. Yay! Yay! Heeeey! Don't need to touch under die Kategorie Ach, come on! Was, hab ich schon auf euch gewartet, ihr K***? Jedi, Mann! Was ist das für eine Lache, Schlucki? Ach, Juck! Ey, Marc! Oh, das ist jetzt Whisky. Ne, danke. Beste drin gewesen. Ja, das stimmt wohl. Ja, wenigstens bin ich jetzt safe. 12! Mag auch. Hast recht, hast recht. 12 und ich wuchte alle 4, das reicht halt nicht. Das sag ich doch. Doch. O! Nein, das war eine 6, Johnny, kein O. Oh, Alter! Verpiss dich, Marc! Boah! Marc? Boah, Johnny, was kannst du eigentlich? Nichts. Es tut mir eigentlich jetzt schon leid, dass ich deine 5 würfeln muss, aber... Oh. Es reicht, dass ich einen Schlucki war, dass er gelacht hat. Oh, Mann! Puh. Ich warte nur drauf, bis du vorbeikommst. Johnny! Mama! Johnny, komm, geh mit. Ja! Und 2! Alter, was bist du für eine dumme Missgeburt, Johnny! Nein, ich glaube, jetzt wird das mit dem Borderline ein Problem sein. Weil ich dich dann... Oh, Mann, scheiße, das war dumm! Yes! Oh, ich bin... EGAL, wer mitspielt, ne? Ich bin immer der Gefickte. Immer. Aber echt immer. Selang du immer nur Passiv bist, ist ja nicht schlimm. Ich wollte nur noch mal nachher mal... Nur muss ich mal sagen, Marc hat gleich gewonnen, ne? Ja, genau. Ja, schon mal, das ist gut, als ich das Schlucki jetzt gekickt habe, weil ich das gleich 3x rufen konnte, als ich rauskomme. Ja, gut, als ich das Schlucki jetzt gekickt habe, weil ich es gleich 3x rufen konnte, als ich rauskomme. Yes! Mark hat noch eine Maus drin. Aber dir wahrscheinlich keine Schniedrigel, dass du jetzt eine Sechser würfst, wenn du dreimal würfst. Auch wenn du jetzt wahrscheinlich auch einer Krieger wirst. Mach ganz langsam, Stucki. Na komm schon. Ja, so ist gut. Mark macht jetzt... Oh, das geht auch. Eine Eins wäre jetzt nice. Die wäre richtig nice, Alter. Nein! Mark macht jetzt eine Zeit. Was heißt genau? Ich brauche jetzt eine 6. Es ist weg. 6, eine 2. Und komm, ich brauche jetzt eine 6. Ich brauche jetzt eine 2. Ich brauche jetzt eine 2. Ich brauche jetzt eine 2. Ich kriege die nicht. Aber die... Nein! 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 Ja! Das hat er nämlich... Ja! 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 Das war die richtige Entscheidung. Komm schon, komm schon, komm schon, nein, komm schon, komm schon, halt, halt, das gibt's nicht. Verpüß dich jetzt mal, du fucker. Nein. Ja, Johnny, komm. Noch ist es. Ah, da geht man am weg, der macht mich ganz stark. Jawohl, komm, nein. Das ist noch der 1, komm, mach der 1 schon, die 1 ist cool. 2,6, jetzt war der 1 schon, die ist scheinvoll cool. Oh mein Gott, das ist noch der 1. Jawohl. Nein. Das geht gut. Jawohl. 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 Das geht nicht. Ah, Mann, das stimmt, echt so. Alter, Alter, Alter. Das war lustig, find ich so unlustig. Wie ein bisschen schoßen. Wenn ich jetzt ne Eins kriege, dann muss ich mich grad überlegen. Bitte, bitte, bitte. Nils ist grad weiter am Ziel, gell? Du musst nur einreifen. Ich muss noch die ganze Runde rum und kann überall gekickt werden. Nils ist mit dem Obergleit durch. Nee, bei Kulkar sind wir nicht vergeht werden. Und bei Kälbs sowieso nicht. Weil ich ruht auch nicht mehr so. Alter, ehrlich mal. Jetzt kriegst du in die Fresse, Alter. Hier, friss scheiße. Ey, zu fast 3. Alter. Das wird fast 3. Das wird fast 3. Ach, jetzt muss ich nie sweaten können. Oder was du nicht gemacht hast. Hahahaha Ey komm! Don't do it! Shoddy do it! Komm Shoddy do it! Jawoll! Ah, Mann, Alter! Irgendwo hier gratis umbringt, oder? Ja, ne, Wendy ist doch voll süß. Alja, komm! Fünf incoming, ne, eins mein ich. Fünf incoming! Was? Wie ist das denn echt so? Fuck, und ich muss mit dem unteren gehen. Bababam! 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 Fick doch die Hände! Guck! Klasse! Ich bin jetzt am gewinnen! Nein! Ich bin ein bisschen Intelligenz-Bestie, die ich nicht zu klagen ist. Er will noch feiern und Freistaat. Jetzt haben wir noch eine Hoffnung wie er ist Johnny. Oh mein Gott! Hört's bei mir auf! Und jetzt acht und wiegt euch ein Zauberwunder, macht uns gleich mit zwei! Auch für einen Zufall! Nein! Nein! Hey Johnny, mach's einfach! 4-4! Nein! Nein! Nice, Joggy! Nils, da musst du richtig als Ampli-Fanisch gefunden, ich weiß, ja. Erstmal kriegt dich jetzt der Schlucki! Oder er lässt es einfach. Oder er ist ja noch in der Nähe! Oh, Schlucki nix kann schon. Nix! 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 Oh, er ist ja noch in der Nähe! Hi Johnny! Burs! 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 Irgendwas schreischen, du so! Emotionen, Jogs! Emotionen! Mach doch diese typische italienische Gehschen zusammen, Vater! Emotionen! Emotionen! Jetzt steh ich wieder an dem Scheiß-Eck und komm mit rein! Ich krieg mir jetzt gerade von mir! Wenn ich das voll der Spiele noch mit drin rollte! Wenn ich nur nichts einmal gewinne, ist mir scheißegal wie, Alter! Komm schon, Schlucki! In your face, bitches! Oh Mann, ey! Minus sieben? Warum? Warum Minus sieben? Hallo? Tja, 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 Tja! Tja, Tja! Gib sie aus im Shop! Alles klar, Leute! Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute! Lasst ihn doch noch rum da, wenn euch das Video gefallen hat! Ihr könnt es natürlich auch abonnieren, wenn ihr die weiteren Videos nicht verpassen wollt! Vielen Dank fürs Zuschauen! Tschüss und auf Wiedersehen! Bis zum nächsten Mal! Eure Jungs! Bis zum nächsten Mal! Ich hätte Lust auf eine Runde Stadt und Fluss! Ich hätte Lust auf eine Runde Stadt und Fluss! Tschüss! 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 Tschüss!